Schmolle, was geht ab hier auf dem Kanal, ihr habt euch an meinen, heute machen wir eine neue GTA 5 Online-Folge und heute zeige ich euch, wie einfach geile Kleidung oder so ohne, also ihr bekommen könnt, ohne Geld zu bezahlen und zwar, das geht einfach so, wir sind einfach hier im Casino am Staus, geht erstmal hier auf Options, aber auf Options, genau, das heißt also auf Options, dann hier auf Online und dann hier auf Charakter-Auswahl Ja, die Sitzung verlassen, ja, bla 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 Und jetzt hier Leute, auf jeden Fall, können, seid ihr hier, keine Ahnung wo, auf jeden Fall könnt ihr euch einen neuen Charakter auswählen, aber das wollen wir bestimmt nicht Mein Charakter passt alles gut, ne, und ja, ich will auf jeden Fall bei diesem Charakter bleiben Ja okay, äh, Demon Cowboy, ja, ja, bla bla bla, mit der Bearbeitung des Charakters beginnen Oh was, das ist halt wirklich viel Äh, neuer Charakter Was, das ist halt wirklich viel Ja, das ist halt wirklich viel So, erstmal, männlich, dann War das Alter, nein Alter, ich will Nein, ich will es auch nicht verlassen. Komm, ganz. Ich will einfach den Gesicht machen. Okay, das ist hier zum Beispiel unser Gesicht, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht verlassen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verlassen kann. Ich habe das nicht verlassen. Ja, ich habe das nicht verlassen. Nein, normal. Standort. Neee. Aber, Standort. Nein, Standort. So. Und jetzt gehen wir auf Bekleidung. Und jetzt seht ihr, hier könnt ihr die Bekleidung und so alles auswählen. Und das alles kostet ja eigentlich Geld. Ja, jetzt könnt ihr euch einfach hier alles auswählen. Ohne Geld. Heiskalt, ohne Geld könnt ihr euch dann hier alles auswählen. Hier jetzt zum Beispiel Hüte und so könnt ihr. Und sogar Hüte könnt ihr hier. Sogar Brille könnt ihr hier auswählen. Am besten... Guck, alles kann man hier machen. Und ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock auf den Hut. Mein alles passt eigentlich schon. Jetzt auf jeden Fall... Ey. Okay. Ich verarsch. Ja. So. So, diese passt schon. Insofern können wir jetzt zum Beispiel jetzt so machen. Ne? Ja. Ja. Fertig. Jetzt. Eigentlich wollen wir jetzt... Ähm... Aussehen... Die Haare... Ja. So. Ich will andere Haare fahren. Äh... Soll ich jetzt so ungefähr... Ja. Soll ich jetzt zum Beispiel... Hä? Was meine Augenbrauen nühen? Ach, die sind terrible. So. Gewichtsbehandlung. Darum wird ja normal sein... Hario und Modig... Und jetzt kommt er auch zu dem Fall. Okay. Jetzt zum Beispiel wählen wir hier... Sag ich jetzt mal... Ne, nein, nein. Ich hab' keine gute Frage. Ja, bitte. Fahre mit perfekt. Zack. Und. Fällisch. Jetzt? Ja, was mal, was mal, was mal. Ich hab' kein Bock auf Brühe. die jetzt hier weiter jetzt einfach mal jamsik 8 ich schreibe irgendwie jamsik 890 Wo sind jetzt meine Augenbrauen blühen? Äh, okay. So Leute, jetzt habe ich jetzt mir neue Kleidung geholt, die eigentlich sogar 1 Millionen kostet. Oh, okay, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Oh, oh, die haben drei Millionen Jahre zu에서. In den VIP Casino. Play table games, slot machines, bet on horses. Spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car. Depraved nightlife, world-class luxury shopping. oder relax auf der Roof Terrace und schwingt bei den Hot Tubs und Infinity Pool. Die Party muss nicht aufhören. Spend dein Geld sensiblich bei einem Luxury Penthouse, voll mit Lounge, Guest Bedrooms, Home Theater, Bar, Private Tables, Spa und einen Office. Penthouse-Honers können High-Limit Tables und chillen in der VIP Lounge mit anderen Leuten von einem bestimmten Kaliber. Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget, until you do. Private, pristine, impeccable, the most exclusive casino in San Andreas, the Diamond Casino and Resort. Play around. Ja, schon fertig. Ich weiß nicht, ich hab doch mehr als eigentlich die Augenbrauenballen gemacht. Aber Haare, also Augenbrauen juckt eigentlich nicht, ich wollte euch aber heute halt nur zeigen, wie ihr, so gesagt, mal neue Kleidung holen könnt, ohne Geld. Und Leute, wie ihr seht, das hat geklappt. So, jetzt hab ich nur ne Pistole, Alter. So, und jetzt zieht ihr hier den Charakter. Wo ist das denn unser Freund? Ich denke mal, das ist ein Kabel. Aber das Geld haben wir noch behalten, Leute. Jetzt gehen wir noch in den Casino und ich kann euch jetzt... Oh, oh Gott. Ich... Läufe gerade zu Hause im Ernst so komplett rum und fast vom Sofa gefallen, Alter. Leute, ich... hab TikTok und Instagram. Also, ich kann... Also, wie ich hab jetzt auf Instagram, keine Ahnung, vielleicht so 50 Follower oder so. TikTok nur zwei. Und so folgt mir unbedingt. Also, wenn ihr wollt. Äh, wenn ihr... Also, wenn ihr... Wenn ihr wollt, dass ich mich zeige, müsst ihr abonnieren, wenn ich tausend... Bei tausend... Ne, was ist tausend? Ja, aber auch bei tausend Abos zeige ich mich weitens zu viel. Also, das ist halt bei YouTube oder so. Also, das ist halt bei YouTube oder so. Äh, bei TikTok, bei tausend Abos und bei 20 Abos bei Instagram zeige ich mich. Also, wenn's dann so mal hab ich mich jetzt schon gezeigt, ne? Also, wenn's dann so mal hab ich mich jetzt schon gezeigt, ne? Aber halt nur in einem... Foto und da war ich... ...wann das letztes Jahr. Ich bin Tom Connors, Executive Director of Guest Services. So, wie, ja, ne? Dann war's diesjahr. Keine Ahnung. Ich hab' meinen eigenen eigenen Baseballschläger. Stimm, jetzt hier auch noch mein Baseballschläger weg, ey. Den hole ich mir noch, den hole ich mir noch leider. Oh, der Boss. Und ich hole mir unbedingt den. Ich hole mir den unbedingt den. Ich hole mir den unbedingt den. Danke, Tom. Gut, dich zu treffen. Enjoy dein Zeit mit uns. Und dann vielleicht morgen gewinne ich, äh, wenn man im KD-Wirr auf seinem Glück schaut, eine Million verdient. Äh, gewinnt. Also, dann hab ich zu viel zu sagst du nicht. Das ist wirklich so, wie ich mir vor allem arbeite. Wenn ich mich hier vorstelle, dann hab ich dir die meisten aus. Ja, das ist wirklich so. Ich würde mich jetzt zeigen. Oh, ich war's so. Das ist eigentlich so. Das ist ein Konrad. Ja, ich habe die ganze Zeit. Ja, ich habe die ganze Zeit.